Mein Name ist Antje Grotus, ich wohne im Herzen des Rheinischen Braunkohlereviers in Bühr bei Kerpen. Ich engagiere mich bei Ende Gelände und nehme an Ende Gelände teil, weil es wichtig ist, hier dem Treiben von RWE ein Ende zu setzen hier in der Region und überhaupt den Braunkohleausstieg insgesamt durchzusetzen. Wir freuen uns über die Unterstützung, über so eine aktive Unterstützung in Form von Wald- und Wiesenbesetzung, damit einfach das Thema Braunkohlewiderstand immer auch im Fokus bleibt und auch immer belebt bleibt, auch in den Medien. Und wir unterstützen natürlich die Wiese mit dem, was sie so braucht. Wir unterstützen mal mit einer Dusche, mit veganen Lebensmitteln oder mit dem, was sonst so im Alltag benötigt wird. Es ist wichtig, dass ganz viele Menschen ein Zeichen setzen gegen Braunkohle, weil die Auswirkungen nicht nur hier in der Region spürbar sind, sondern global. Ich hoffe, dass die Aktion Ende Gelände ein richtig toller Erfolg wird und viele Menschen dort hinkommen, um ihre Solidarität mit dem Braunkohlewiderstand und dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und damit auch der Energiewende zu setzen.